Herzlich Willkommen zur nächsten Tomodachi Live Episode, hier auf WePlayGames4U. Ich bin so Ivo und wir müssen noch einiges erledigen. So, wir waren beim Benjamin angekommen. Dann rufen wir den erstmal zu uns und machen dort weiter. Der Benjamin möchte nämlich grün... ...dass wir dir erstmal grüne Kopfhörer kaufen und dann schenken. Willkommen. Der sieht ja schrecklich aus. Das kaufen wir mal. Wie immer, wenn jemand was haben möchte, einfach in die Kommentare. Ach du Scheiße. Eine Standard-Badebekleidung, okay. Ähm... Achso, das ist ja gar nicht Hüte, musste ich ja da gucken. Das fällt mir gerade auf. Hier ist das dabei. Willkommen. Grüne Kopfhörer. Den kaufen wir mal. Und den Hasen hakt der Bauch. Kopfhörer in grün war das. Neue Farbe auf jeden Fall. Die gibt's auch. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Robo Man. So, Kopfhörer bitte. In grün. Danke. Zack. Und ich quäkige. Gefällt ihm ziemlich gut. Das wollte ich doch schon mal. Weiter geht. Erstmal mit was zu essen. Und eine Lasagne hast du noch nicht. Bitteschön. Fand er echt lecker. Das freut mich. Ein neues Level-Up. Du möchtest erstmal alle Lieder haben, wurde mir gesagt. Deswegen kriegst du als nächstes einfach mal den Popsong. Den hören wir uns dann auch an. Wie immer. Lust auf ein Spielchen? Okay. Erstmal spielen wir noch. Klar spielen wir. Oh. Du bist dran. Das ist ein... Okay. Jetzt hab ich eins. Eins gibt's auf jeden Fall. Das ist meine Chance. Du Sau. Ich häng fest. Diese hier nehm ich. Ich häng fest. Okay. Die vielleicht. Okay. Du bist dran. Das ist ein Paar. Die beiden. Du bist dran. Halt. Haben wir da. Das ist ein Paar. Du bist... Das ist ein Paar. Das ist ein Paar. Das ist ein Paar. Du bist dran. Das ist eine... Ah Mist. Das ist Redema. Okay. Mal gucken, ob er es schafft. Die... Ja. Dann geht's, glaub ich, unentschieden aus. Die vielleicht. Die... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unentschieden. Ein Remis. Das war echt spannend. Auf jeden Fall. Eine Rose. Neustar. So. Dann das Lied noch anhören, hab ich gesagt. Das Pop-Lied war es, glaub ich. Oder? Könnte auch das Rock gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher grade. Das haben wir auf jeden Fall schon gehört. Das weiß ich. Die haben wir ja alle irgendwo schon mal gehört. Nur halt nicht von dem jeweiligen Mi. Rap war es auf jeden Fall nicht. Wir hören uns einfach das Pop-Lied jetzt mal an. Ich glaub, es war das Pop-Lied, das wir dir gegeben haben. So, bitteschön. Darfst du einmal singen? Was? Du sitzt alleine? Das ist ja langweilig. Ach ne, da kommen sie alle. Die Flirtgranate. Die Flirtgranate. Die Flirtgranate. Die Flirtgranate. Die Flirtgranate. Die Flirtgranate. Alles klar. Das freut mich doch. Es sind noch so viele Wünsche hier auf meinem Zettel. Da kommt man gar nicht richtig hinterher. So, das haben wir erledigt. Dann sind wir bei dir erstmal fertig, Benjamin. So, weiter geht's zu Yoso. So, die Yoso hat auch was. Mal gucken, was für Bedürfnisse die Yoso hat. Guten Abend. Ich möchte etwas Neues zum anziehen. Ich möchte etwas Neues zum anziehen, okay. Schau mal, was wir dir geben können. Ich hab leider nicht so viel für dich. Guck mal, ob wir dir irgendwas Schickes kaufen können. Willkommen. Was könnte denn passen? Das ist ein bisschen langweilig, finde ich. Was ist denn hier noch so? Das sind alles eher Sachen für was anderes. Stellt fest, sie sieht ein bisschen blöd aus. Bluse-Rock-Kombi, also die absolute Bürokaufrau. Quasi. Oh, das Haus da im Outfit. Das haben wir doch, glaube ich. Das wäre doch mal was. Du kriegst jetzt mal das Haus da im Outfit. Bitte schön. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Gefällt dir schon ein wenig, okay. So, dann kriegst du als nächstes erstmal was zum Essen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Mal ein Hypnose-Set mal wieder. So, Grillfleisch hattest du noch nicht. Dann kriegst du mal Grillfleisch. Bitte schön. Absolut lecker. Und dann kriegst du auch noch was On-Level-Look. Du wolltest den Hula-Tanz-Light-Faden. Schauen wir doch mal, da ist er doch. Bitte schön. Und dann kriegst du erstmal was Kleines zu essen. Der ist dann auch mit einem Eis. Passt rein, das freut mich. Und dann kriegst du erstmal was Kleines zu essen. Das ist echt lecker. Sehr schön, sehr schön. So, Josu, dann sind wir bei dir auch schon wieder fertig. Weiter geht's. Bei der Marlene. Mit dem Benjamin zusammen hier. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne einen schönen, neuen, niedlichen Hut. Schönen, neuen und niedlichen Hut. Das sind ja Anforderungen. Ups. Das war falsch. Hier sollte ich drauf gehen. Gucken wir mal. Das ist doch schön und niedlich und so weiter. Dann machen wir mal so einen Hasenhaken. Das könnte ich mir gut vorstellen. Bitte schön. Hältst du da davon? Total gut. Das freut mich. Sehr schön. Ähm. Du kriegst doch erstmal ein Objekt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Buch gut zu dir passen könnte. Hier geben wir mal ein Buch. Bitte schön. Dann kriegst du erstmal was zu essen. Das hast du noch nicht. Bei dir haben wir ja auch die Live-Speisen noch nicht herausgefunden. Das war ganz okay. Gucken wir mal, dass wir den noch so geben können. Einen Rollbox vielleicht noch. Weiß nicht, ob er reinpasst. Passt. Perfekt. Passt, wackelt und hat Luft. Ziemlich lecker. Gut. Dann sind wir bei dir aber auch schon wieder fertig. Weiter geht's. Ab zum Pikachu. Was ist denn bei dir so los? Guten Abend. Du hast keine Bedürfnisse. Dann kriegst du erstmal einen Fisch. Bitteschön. Das hat wohl geschmeckt. Ziemlich lecker. So. Wünsche hattest du keine mehr. Geh mir erstmal was Kleines. Einen Ananas. Selbst ein Lattefront. Ich glaube, du bist der erste, der eine Ananas bekommt. Bitteschön. Echt lecker. Neuer Level. Das freut mich. Perfekt. Dann kriegst du mal ein Objekt. Die sind hier unten noch so. Einen Sandsack. Das wäre doch mal was. Das ist der erste. Dann traue ich auch mit einem Sandsack. So. Dann sind wir bei dir aber auch schon wieder fertig. So schnell geht das. Weiter geht's. Oder haut er grad drauf. Ne. Immer drauf. Immer drauf. Der Hui. Den rufen wir jetzt das erste Mal. Ach nee. Bei dem waren wir doch schon. Da waren wir ja gestern erst. Und den haben wir ja mit seinem Glied überrascht. Guten Abend. Hast du noch irgendwas? Sonst gehe ich wieder. Ne. Ist nicht gut. Dann ist der Hui schon mal raus. Den haben wir nämlich schon. Die Jasmin. Oh sie hat sich wieder umgezogen. Die zieht sich irgendwie so als einzige ständig um. Guten Abend. Die mag wohl das Glied nicht so richtig. So. Erstmal was zu essen. Absolut lecker. Das freut mich. Ich habe mich in neue. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel ist immer gut. Ups. Jetzt habe ich den Spiegel hingeworfen. Das war vielleicht nicht so. die beste Idee. Aber naja. Ist ja nichts passiert. so Jasmin. Das war es bei dir auch schon wieder. Julius. Was war es bei dir los? Da im Kino. Auch Kino hätte ich jetzt auch ein bisschen Bock. Muss ich zugeben. Mir ist etwas ganz tolles passiert. Okay. Erzähl mal. Von meinen Freunden versuche ich immer möglichst gut auszusehen. Das hast du mir jetzt gleich erzählt. Ja. Das war irgendwie ein bisschen müde. Naja gut. Lust auf ein Spiel? Ja klar. Ich spiele sehr gerne. Nicht so gut. Wer keinen Mucks macht. Du Sau. Ha. Gewonnen. Gott sei Dank. Das war knapp. Da hat er sich hart gewehrt würde ich sagen. Danke. Mittlere wieder. Ne Handel. Sehr schön. So. Erstmal kriegst du noch etwas kleines zu essen. Du kriegst auch mal eine Eiswaffel. Na bitte schön. Was? Du magst kein Eis? Laktoseintolerant oder wie? Na ja gut. Alles klar. Ja. Der Martin. Der Martin. Der Martin möchte als nächstes ein Lied singen. Mal gucken ob wir das hinkriegen. Vom Level her. Sieht nicht so aus. Martin war ja der, der kein Grillfleisch mag. Absolut unverständlich. Aber okay. Ach du magst ja auch gar nichts. Das ist das Problem. Ich sag ja Vegetarier. So was mit einer Gemüselasagne. Ach ja. Nur am Meckern hier. Du kriegst einen Blauschimmelkäse. Ups. Tut mir weh du bist jetzt auch noch Veganer. Oh man. Ich glaub wir müssen den Martin in Zukunft mit Früchten ernähren. Was haltet ihr denn da davon? So Redima. Was geht bei dir ab? Mir ist etwas ganz tolles passiert. Das freut mich. Meine Freundschaft mit Marlene soll nie nie zu Ende gehen. Nie nie zu Ende gehen. Okay. So dann kriegst du mal noch was zu essen. Bitteschön. Einmal Grillfleisch. Sehr schön. Dann kriegst du aber noch was Kleines auf jeden Fall hinterher. Was hältst du von so einer Gummifrucht? Sieht zwar ein bisschen komischer aus, aber was solls. Vielleicht schmeckt es ja. Uh. So nicht so gut. Okay. Zum Schwein quasi. So. So. Dann Tidi. Was ist denn bei dir los? Die Tabea ist bei dir. Sehr interessant. Guten Abend. Zuerstens gibt es mal was zu essen für dich. Ach nee. Du hast was. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Okay. Du kriegst jetzt eine Phrase von mir. Und zwar. Affengeil sagst du dann. Was? Achso. Wegen geil wahrscheinlich. Oh man. Ich nehme das mal am Ende an. Oh man. Ich nehme das mal am Ende an. Oh man. Ich nehme das mal am Ende an. Oh man. Tobi. Und da damit. Uns scheint es so ein bisschen gewittert zu sein gerade. So anbahnt. Affengeil. Gül. Das war ein bisschen blöd. Ich habe gedacht, dass man den Ausdrucker noch ein bisschen ändern kann. Tut mir leid, so ist es jetzt. Kriegst gleich noch eine Phrase von mir, das ist jetzt gerade von. De-pri- machen wir mal noch. So, mal eine deprimierte Geste. So, bitteschön, hast du noch eine Phrase. Ja, alles klar, wir wissen ja Bescheid. So, dann kriegst du noch was zu essen. Also heute mag ja niemand was, was ich ihm gebe, irgendwie. Kann doch nicht wahr sein, oder? Liegt bestimmt daran, dass ich die Sachen fallen lasse. Ach, das findest du gut, okay. Bin dich ja beruhigt. So, dann Robin, was ist denn bei dir los? Du bist im Vergnügungspark. Beim Tom waren wir schon. Rufen wir die Robin noch, dann sind wir einmal durch. Das ist doch schon mal sehr schön, denke ich. Du wolltest ja gerne, dass wir die Tests machen. Und ein Lied möchtest du als nächstes haben. Schau mal mal. So, Bedürfnisse hast du schon mal keine. Dann kriegst du erstmal eine Lasagne von mir. Bitteschön. Das ist doch schön kann ich nicht essen. Ach, so viel kannst du gar nicht essen. Du hast gar nicht so viel Hunger. Es tut mir ja leid. Wie weißt du denn mit einer Ananas? Guck mal. Eine Ananas. Echt lecker, das freut mich. Die Erdbeere kam ja auch schon gut an. So, dann sind wir durch mit allen für heute einmal. Oder unten möchte jemand noch ein Spiel spielen. Den Benjamin. Dann spielen wir noch das Spiel mit dem Benjamin. Bevor wir jetzt mal Schluss machen, dann. Tja, dann haben wir dich fertig gemacht. Sehr schön. Glückwunsch. Danke. Großes Geschenk. Da wieder die Matroschka-Puppen. So, dann würde ich aber auch sagen, haben wir uns alles angeguckt und alles angehört. Machen dann erstmal einen Cut an der Stelle. Das nächste Mal machen wir die ganzen Tests, die gemacht werden sollten. Ich bleib mich hier mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.